Wir zeigen nun die wichtigsten Funktionen der Google-Tabellen, indem wir die erste Tabelle öffnen. Wir haben hier ein paar Werte eingegeben und die Summe gebildet. Eine wichtige Funktionalität bei Tabellen ist, dass wir Zeilen einfügen löschen können. Wir wollen beispielsweise hier vor die erste Zeile eine Zeile einfügen. Um die ganze Zeile zu selektieren, klicken wir hier am Rand auf die Zeilennummer. Also wir wollen vor dieser Zeile sagen wir zwei Zeilen einfügen. Dazu gibt es im Einfügenmenü den Befehl Zeile oberhalb einfügen, falls es oberhalb sein soll oder unterhalb für Zeilen unterhalb der selektierten ausgewählten Zeile. Wir wählen zweimal Zeile oberhalb einfügen aus und haben zwei Zeilen eingefügt. Und nun gibt es viele Möglichkeiten, Tricks, Tipps, wie man mit Tabellen umgeht. Wenn von vornherein nicht klar ist, wie viele Werte wir summieren wollen, ist es besser, wenn wir die Summe nicht am Ende, also das heißt unten unterhalb der Liste der Zahlen bilden, sondern oberhalb. Und wir wollen daher das, was wir hier in der Zeile sechs als Summe gebildet haben, nach oben verschieben, indem wir im Bearbeitenmenü den Inhalt, den ausgewählten, ausschneiden und in der Zeile 1 mit Einfügen einsetzen. Die Formel für die Summe ist unverändert geblieben. Es werden die Zahlen von B3, Zelle B3 bis B5 summiert. Wir können das nun ändern, indem wir hier zum Beispiel den Wert B20 eingeben. Wir sehen auch hier bei der Selektion optisch, dass nun die Summe über diese Zahlen gebildet wird. Das wollen wir nun ausprobieren, indem wir die Formel abschließen und hier ein paar weitere Werte eingeben. Und jeweils sehen, wie sich die Summe verändert. Wenn wir eine Spalte haben mit Zahlen, wie das im Fall der Spalte B ist, ist es auch oft üblich, dass wir die Zahlen mit Komma darstellen. Wir wollen daher das Format ändern und angeben, dass wir beispielsweise hier das als Währung in Euro dargestellt haben wollen. Wenn das eine Einnahmenausgabenrechnung darstellen soll, ist es auch vernünftig, wenn wir die Spalten beschriften beschriften. Wir fügen daher über der ersten Zeile eine weitere Zeile ein und schreiben über diese Spalte Ausgaben und zum Beispiel über die Spalte D einnahmen. Auch FET schreiben. Wir wollen nun die Formel für die Ausgaben, die Summenformel kopieren und auch für die Einnahmen übernehmen. Wir haben diese Zelle angeklickt und es fällt auf, dass hier automatisch die Spalte von B auf D geändert wurde, nachdem wir diese Zelle kopiert haben. Wir übertragen zum Beispiel durch Ausschneiden und Einfügen Werte in diese Spalte und sehen, dass sich die Summenformel richtig verhält und die Summe dieser Werte bildet. Um die Ausgaben und Einnahmenspalten besser optisch zu sehen, können wir sie einfärben. Wir nehmen zum Beispiel für die Ausgaben ein helles Rot und für die Einnahmen ein helles Grün. Wir verändern für die ersten beiden Zeilen die Fontgröße auf 12 und fügen außerdem noch eine Linie unterhalb der zweiten Zeile ein, damit wir besser die Summe von der Auflistung der Werte unterscheiden können. Wir wollen als nächstes den Abstand zwischen Spalten verändern, zum Beispiel die Spalte C schmäler machen. Dazu wählen wir die Begrenzung hier aus, indem wir mit der Maus darauf klicken, die Maustaste gedrückt halten und die Spalte kleiner machen. Analog wollen wir die Spalte A größer machen, indem wir das nach rechts verschieben. Nehmen wir an, die Kalkulation soll berechnen, wie viel ein Elektrofahrzeug in der Anschaffung und im Betrieb über eine längere Zeit kostet. Dann könnten wir die Texte entsprechend ändern. Anschaffung beispielsweise 36.000. Dann erhalten wir beispielsweise eine Umweltprämie, die verbuchen wir als Einnahme. Wir gehen hier mit der Tabulatortaste zwischen den Spalten weiter. Die soll 3.500 Euro betragen. Als nächsten Schritt wollen wir die Wartungskosten berechnen. Die hängen von der Nutzungstauer ab. Wartungskosten. Und hier ist es gut, wenn wir die Parameter, die einfließen, explizit darstellen. Also wir können hier zum Beispiel in diese Spalte schreiben, Nutzungsdauer. Wir nehmen an, dass wir das Fahrzeug wirklich lange nutzen wollen, 15 Jahre. Wir können hier auch die Einheit dazu schreiben. Und wir nehmen an, dass die Wartungskosten beispielsweise 500 Euro pro Jahr betragen. Dann können wir hier die Formel anwenden, indem wir sie beginnen mit ist gleich. Und dann klicken wir in die Zelle, die Anzahl der Jahre, also 15. vom Wert her, wie wir ihn eingetragen haben, mal die Wartungskosten pro Jahr. Und wir halten die 7.500 berechnet, würde sich die Nutzungsdauer ändern. Zum Beispiel auf 8 Jahre hätten wir die 4.000. und wir belasten das bei den 15 Jahren. Dann kommen wir zum nächsten Ausgabenposten. Das sind die Stromkosten. Auch über die gesamte Nutzungsdauer. Wir nehmen an, dass die Stromkosten pro Kilometer sehr günstig sind. Zum Beispiel 0,05 Euro Cent pro Kilometer. Und wir nehmen an, dass die Kilometer Leistung pro Jahr beispielsweise 20.000 beträgt. Kilometer pro Jahr. Hier sehen wir, dass wir die Spalte F etwas vergrößern sollten. G können wir etwas schmäler machen. Und dann können wir die Stromkosten ausrechnen, indem wir wieder die Formel mit ist gleich beginnen. Die Stromkosten mal die Kilometer Leistung multiplizieren, mal die Nutzungsdauer ergibt 15.000 Euro. Hier sehen wir auch, wir haben nicht die gesamte, nicht alles formatiert, weil wir das da übertragen haben. Wir wollen hier das noch nachholen und das als Währung formulieren. Durch das Ausschneiden ist auch die Formulierung verloren gegangen. Wir löschen auch noch die 20 Euro, die wir zuerst von links nach rechts kopiert haben. Und dann nehmen wir noch an, die Batterieersatzkosten sind hoch bei einem Elektrofahrzeug. Sollen wir bei einem Elektrofahrzeug dieser Preiskategorie 20.000 Euro. Und diese letzte Zeile benötigen wir hier nicht. Dann haben wir die gesamten Ausgaben und die Einnahmen. Und wir wollen auch die Differenz berechnen. Die beträgt in dem Fall wieder mit einer Formel berechnet die Einnahmen minus die Ausgaben. Also minus 75.000 Euro. Damit können wir die Kosten pro Kilometer berechnen. Indem wir diese Differenz dividieren durch das Produkt aus der Nutzungsdauer mal der Kilometerleistung pro Jahr. Und daraus ergeben sich 25 Euro Cent pro Kilometer. Wir wollen zum Abschluss die Tabelle noch umbenennen in Kalkulation Kosten eines Elektrofahrzeuges. Und schließen damit diese Einführung in Kugeltabellen ab. Doppel von en